Ich habe von der Landwirtschaft natürlich vor, die ökologischen Produkte, die ich herstelle, unter anderem Getreidesorten und Leguminosen, weiter zu verarbeiten. Und habe da ein sehr tolles Team gefunden, eine Müllereisfamilie, die mit mir zusammen diese Mühle baut. Und auch noch andere Kollegen, die damit eingestiegen sind, wie unter anderem auch Covinda Kettering, und ein Profi in der Farbsortierung aus Dresden, Tilman Bartl. Und dieses Team, wir haben einfach das Interesse, die Wertschöpfungskette hier in und um Leipzig zu verbessern, um die heimischen Ressourcen zu nutzen und Leipzig mit hochwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Bestehende Mühlen sind natürlich schon immer sehr groß. Die kleineren Handwerksmühlen sind entweder komplett verschwunden schon und oft ist es dann so, dass entweder wird der Bio-Bereich gar nicht berührt. Es sind große Industriemühlen, die nur im konventionellen Bereich unterwegs sind. Und es sind wenige Mühlen, die das sich leisten können, zweigleisig zu fahren. Und eine reine Bio-Mühle zu finden, ist dann also umso schwerer. Und der Druck, gerade der Preisdruck, auch die Konkurrenz mit den anderen großen Industriemühlen, ist so, dass das Produkt Mehl selber natürlich etwas sehr, das ist sehr billig geworden. Es hat kaum noch Wert, es hat kaum noch Inhalt. Und dafür, da muss man einfach, braucht man neue Konzepte und auch Menschen in der Stadt, die das erkennen, die diese kurzen Wege, die Verfügbarkeit vor Ort, dass sie zu uns rauskommen können hier, unseren Ort, unseren Hof, die Mühle besuchen können, dass sie das wertschätzen und nicht zuletzt einfach diese gesunden Nahrungsmittel, das ist der Geschmack, dass das ankommt und dass Nahrung auch ein Stück weit Medizin sein kann. Wir sind schon mit kleineren Teilbereichen in Betrieb. Wir werden einen großen Bereich im Sommer in Betrieb nehmen, wo wir in der Lage sind, Landwirtinnen und Landwirte in der Umgebung Dienstleistungen anzubieten, speziell Sortierungen machen zu können. Das ist dann gar nicht unbedingt die Vermahlung, sondern da sind wir in der Lage, dann landwirtschaftliche Früchte so aufzuarbeiten, dass sie eben Konsumware sind, dass sie weiterverarbeitet werden können, sei es für Ölmühlen, sei es für Tempeherstellung oder selbst werden auch Anfragen und haben Kräuter verarbeitet. Momentan ist es schon eine sehr mutige Situation zu investieren, der Markt ist sehr angespannt. Dennoch sind wir da drin und stemmen das aus diesen gewachsenen Familienbetrieben, haben wir da auch genug Background und können da drauf, also einfach auf die gewachsenen Strukturen drauf aufbauen und darauf auch vertrauen, dass wir da, würden wir jetzt auf die grüne Wiese bauen, wäre das schon ziemlich mutig, muss man sagen, also Risiko, sehr mit Risiko gehaftet. Und dieses Gelände, auf dem wir die Mühle errichten, wir gehen jetzt erstmal in den Bestand rein. Es gibt aber natürlich auch eine Vision für den Neubau. Also wenn Leipzig und Mitteldeutschland uns braucht, sind wir auch gerne bereit, das zu skalieren. Also gibt es einfach Möglichkeiten, das auch ein bisschen größer machen zu können. Und das Gelände, was wir dafür herrichten, das ist zwei Hektar groß, also 20.000 Quadratmeter, das ist das erste rein ökologische Gewerbegebiet von Sachsen. Dort haben wir auch die Idee, dass sich dort auch andere Gewerbeanbiete siedeln könnten. Wir haben Glasfaseranschluss, also wenn die Mieten mal in Leipzig ein bisschen zu teuer werden, dann kann man da auch Coworking Spaces einrichten. Aber auch nicht zuletzt, also zuletzt geht es natürlich auch um die verarbeitenden Bereiche. Ich habe lange Zeit im Lehmbau auch gearbeitet und kann mir vorstellen, Hanffaser weiter aufzubereiten, also ökologische Baustoffe. Also Nahrung und Energie als solches, als übergeordneter Begriff, wird einfach im ökologischen Bereich, auf diesem Gewerbegebiet, dort auf dem ökologischen Gewerbegebiet bei Leipzig, ein großes Thema werden. Und das ist es schon und wird es weiter sein. Wir sind in vielen Initiativen drin, ich habe in den letzten ein, zwei Jahren mehr Hände geschüttelt als Mehlsecke geschleppt. Ich fühle mich schon sehr unterstützt und gehört, muss ich sagen, wahrgenommen. Man hat das Gefühl, dass wir willkommen sind mit unserem Projekt. Das ist, was bodenständig ist. Also wir wollen nichts Verrücktes. Wir machen einfach, das sind Grundnahrungsmittel. Und die Veredelung von biologischen Produkten ist hier einfach ganz, ganz schlecht. Also es gibt viele Landwirtinnen, die Landwirte, die sich nicht erlauben, irgendwelche Sonderkulturen anzubauen, weil das Risiko, dass eine Verunreinigung ist, braucht eine gewisse Spezialreinigung dahinter. Die gibt es einfach nicht. Und dann sind Transportwege von, da ist zum Glück, wenn das mal 100 Kilometer sind, das geht zum Teil quer durch Deutschland. Das lohnt sich dann meistens nicht. Durch so eine Möglichkeit, hier so einen zentralen Punkt, eine Sammelstelle für Sonderkulturen zu haben, aber auch eben aufbereiten zu können, veredeln zu können im rein mechanischen Bereich. Das heißt, wir können schälen oder eben auch schroten, um dann Granulate herzustellen. Das ist dann eben interessant für Tofu-Tempeh-Herstellungen, die da immer mehr blühen. Also in den Städten ist dieser vegetarisch-vegane Markt einfach sehr am Aufblühen. Also das macht richtig Spaß, das zuzusehen und wie viele kleine Küchen und Manufakturen sich darum kümmern. Und die brauchen aber eben auch heimische Rohstoffe. Wenn dann eben die, die Soja ist mittlerweile auch schon heimisch. Also ich selber habe bei mir im Betrieb die etwas älteren Hülsenfrüchte wie Ackerbohne, Erbse und Lupine. Die Soja ist mittlerweile aber auch bei uns schon gut angekommen. Kommt aus Brandenburg, eine aktuelle Charge, die ich verarbeite. Und die wird so aufgearbeitet, dass die Menschen in Leipzig das Gefühl haben, gut, das kommt von den Äckern hier von innen um Leipzig. Und warum auch nicht? Also was spricht auch dagegen? Da hat bis jetzt noch keiner, egal von welcher politischen Gesinnung, mir das Gegenteil beweisen können, dass das Sinn macht, muss ich sagen. Und wir sind da sehr optimistisch, dass wir da mit unseren Ideen an der richtigen Stelle sind. Wie gesagt, es ist nicht abgehoben, wir sind da bodenständig und freuen uns einfach auch immer über den Besuch. Also dass wir diese Geschichte vom Korn zum Brot als Beispiel eben erzählen und transportieren können und das bei uns nahbar machen können.